Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Heartfelt, unserem Gendier Projekt. Wir haben aber das letzte Stroh hier, wir haben mal schnell am Busbrück im Zwischenpark. Und momentan habe ich hier nichts zu verwenden. Ich habe aber auch noch nichts gefunden, wo ich hier Stroh einlaufen kann, also da ist es ja früh. Ich habe es auch nicht richtig geguckt auf dem Bus, das ist wirklich schön. So. Jetzt ist es fertig, aber da gibt es ja nirgendwo irgendwo eine Seite, wo die aushängt. Nur mal, wenn der Schöpfel schief geguckt hat. Und hier Escape-Bone drängen. Das war natürlich blamabisch, wenn wir so ein riesen Teil verhauen können. Und dann kann sie auch mal einbauen. Auch hier ist nirgendwo alles. Das weiß ich nicht. Gucken wir mal hier. Ne. 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 Geht� お金! Ne. 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 Ne Wo ist es? Wird was zum abkippen, noch sind es was da gleich. Schweren wir durch die Unterstände. Genau. Da ist die Durchfahrt. Hier ist das Werkstattding, da steht schon einer drin. Hier ist nichts der gleiche. Hier wurden solche Unterstände. Wenn ich noch mal hinten schnell sprinten kann, ist da hinten bei Feld. So habt ihr es gesehen, da hinten. Ich tippe noch mal hin, aber es ist irgendwie ein Unterstand. Auch nichts wie Stroh. Wie viel Stroh einladen gedacht. Das war ein altes Fass im Unterstand. Da wurde der Unterstand. Die Ballen sind hier ein bisschen Deko, oder? Das ist ja gut. Okay. Die Ballen sind ja auch nicht schlecht. Ein Wohnhaus aus Holzbeil. 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 Aus Heubeilen. Da ist aber auch nichts. Weiter. Da war es doch. So. Dann schnappen wir uns doch unseren Koper an. So. 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 Dann sein wir uns wollten schon. So. So x2, schon... So. Wir sind vor allem schon... ... ... ... So. So, let's go. 1, 2, 1, 1. So, let's go. So, let's go. So, let's go. 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 So. So, let's go. 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 So. So. So, let's go. 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 So. So. So, let's go. 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 So, haben wir das Feld fast geschafft mit der Spritze, dann können wir es eigentlich schon wieder wegräumen. So, kommen wir. So, dann können wir es auch schon wieder wegnehmen, dann können wir es auch wieder wegnehmen. So. So. Da kommt Zaun. Da kommt ein wenig Gezäun. Dann können wir das mal so dran lassen an der Maschine. Weil der könnte dann durch andere Felder auch gut. Wo ich rüber und zum Ende sehen einen schreie. So. Klappen wir zusammen. So. So. Jetzt nicht mehr in Branche. Ich brauche den Ding aber immer hier so. So. Jetzt geht es los. So. Jetzt geht es doch schon mal kurz. Hier unten lässt sich schon mal wieder raus. Jetzt kommt der Klammer rein. Jetzt kommt der Klammer rein. Die SNK-Triber. So. Und ab hier auch. Und auch sonst meint sie erstmal nicht. So, und jetzt können wir dienejunerung Jetzt haben wir eigentlich schon eine ziemlich eng zu fliegt am Rande. Aber brauche zuerst treiben die Probelgröße. Sonst braucht man nicht genug Platz, nicht zu melden. Wow. Wow. So. Nice. Wow. Wow. Wo ist denn Oclazer? Wo ist denn Oclazer? Das war ganz schnell gemacht. Ja so. Ich bin schon im klingsten Cover, wüsste das Ding aber auch wundermacht nehmen. Jetzt klappt das beim besten Willen. Jetzt sind es im klingsten Cover. Jetzt fängst du mal rein. Ich zählte mal auf die Schra Unruhe. Zählen wir mal auf die Schraub. Und dann fängst du mal auf die nächste Spur. Jetzt fängst du mal auf die Schraub. Wir sind hier auf die Schraub. Ich will die Generaldichter-Spur erst mal gucken, ob die Spur ist. So, jetzt kommen wir an. Und nur andere Bahnordringen haben wir jetzt fast geschafft. So, wir kommen hier. Aber ich komme jetzt erst mal zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ihr den Säumchen da. Ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt eu Ja so.